Empathie und die Kampfrichter werden dann nicht allzu hart ins Geschäft gehen. Ja, vielleicht zeigt sie am Boden ähnlichen Schwung wie bei den bisherigen Übungen. Simona Amanaros, Rumänien. Warum auch nicht, das Gerät ist geradezu dazu prädestiniert. Aus dem Temposalto eine zweieinhalbfache Schrauben und anschließend Salto vorwärts. Und die Dreifachschraube zum Abschluss. Hier geht schon die Post ab bei Ihnen. Ja, das war ein super Vortrag. Sie war ja schon die drittbeste Rumänien bei der Weltmeisterschaft in Dortmund, die ja insgesamt ein bisschen untergegangen ist. Aber was sie hier zeigt, vor allem macht der Abschluss nochmal irrsinnig hoch, diese Dreifachschraube komplett fertig gedreht. Das ist das Problem. Am Stufenbarn und hier springt schon mit 9,875 Simona Amanaros in den Himmel hinein, so hat man das Gefühl. Ja, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder auf dem Boden, die Tatsachen zurück.